Musik Mein Name ist Chloe, ich wohne in Virginia Beach und alle lieben mich, weil ich so hübsch bin. Ich wollte einen Escalate, das ist der wichtigste Tag in meinem Leben und ich mache mir hier die ganze Arbeit. Hey du Spanner, ist die Schulmädchen-Nummer nicht schon ein bisschen out? Keine Bewegung und kein Boxklang. Weil mit wegen können sie das Auto haben, meine Eltern haben mir eh das Falsche gekauft. Ja, was für eine verdammte Tragödie. Hast du gerade Chloe abgeknallt? Bist ja abgefahren. So, ihr lieben Vollzeit-Romantiker, herzlich willkommen zum neuen Beitrag. Ja, und wir sprechen heute über unsere toxische Gesellschaft. Und erst einmal möchte ich hier den notwendigen Auftrag an mich nehmen, diesen Modebegriff angemessen zu platzieren. Denn je nach Kontext lässt sich der Begriff heute anders verstehen. Man muss natürlich erst einmal unterscheiden. Reden wir hier über einen psychiatrischen Hintergrund, eine destruktive, nicht-empathische Persönlichkeitsstörung. Ob wir jetzt hier von Narzissmus sprechen, Borderline und wie das toxische Verhalten dann dort seine Dynamik erfährt. Oder sprechen wir jetzt hier, was eher so diesem Modebegriff gerecht wird, wo man sagt, toxische Communities, toxische Gesellschaft in Online-Spielen, Social Media oder so. Dort spricht man vielmehr einfach nur das negative emotionale Potenzial an, dass man einfach so ganz selbstverständlich, ganz schnell Leute angreift und für negative Stimmung sorgt und Menschen herunterzieht. Und die tiefe Struktur hinter einer Persönlichkeitsstörung macht das ja noch viel größer. Und da ich dazu aber wirklich viele Videos auf diesem Kanal bereits veröffentlicht habe, diese verlinke ich hier gleich auch nochmal, falls ihr Interesse habt, möchte ich jetzt aber trotzdem über das ganz Alltägliche sprechen, über das toxische Verhalten so im Alltag. Da ich ja selbst, kann man so sagen, denke ich, mit dem Internet groß geworden bin und im digitalen Zeitalter so die ersten Wege des Internets mit erfolgt habe, mitverfolgt habe und deswegen ja auch, ja, denke ich, da einiges zu sagen kann. Und ja, das wird, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, hier so ein freier Beitrag, freie Schnauze, deswegen mag das auch unstrukturiert, spontan, chaotisch sein, egal. Was dir aus dem Herzen heraus ist, das Beste, denke ich, und deswegen fangen wir jetzt auch an. Und ich überlege mal so in meinem Kopf, was mir jetzt als erstes einfällt. Und irgendwie bollert da immer wieder so in meinem Kopf der Gedanke, wie war das bei der ersten Online-Generation, bevor diese ganzen talentlosen Dreckskiddies, muss man ja mal sagen, hervorkamen. Die überall ja nur noch ihre destruktiven Kommentare hinterlassen und ihre anonymen Profile erstellen. Ich muss echt sagen, die erste Online-Generation, auch die erste Gaming-Online-Generation, manchmal sage ich auch gerne so die Generation Gronkh, als wir alle so das erste Mal mit der Berührung irgendwie vertraut oder dass wir das erste Mal so mit dem Angebot des Computers so vertraut wurden. Wow. Man sieht ein paar Pixel, die bewegen sich. Wow. Endzeit-Evolution. Boah. Krass. Es ist aber wirklich erstaunlich, was die Gewohnheit oder was die selbstverständliche Erkenntnis für den Augenblick so mit sich bringt und wie man das einschätzt. Deswegen können wir auch jetzt, glaube ich, gar nicht erahnen, was in 20 Jahren, 50 Jahren sein wird, in 200 Jahren. Und ja, auf jeden Fall habe ich bemerkt, dass es damals wirklich noch nicht so ein negatives Potenzial gab. Ich hatte eher den Eindruck, dass man damals noch gemeinschaftlich Spaß daran hatte, sich gegenseitig zu helfen und diese Welt gemeinsam zu erkunden und das auch auszudrücken. Ich meine, damals zum Beispiel, weil wenn wir schon über Toxisch sprechen, dann müssen wir jetzt auch viel über Gaming sprechen, über die Online-Spiele. Denn gerade da, insbesondere beim PvP, wo Spieler gegen andere Online spielen, gerade da ist das ja oft, da trifft man ja oft eben toxisches Verhalten an. Und damals gab es da noch so eine Floskel, so in der ersten Generation, good luck, have fun. Vor jedem Spiel hat man das schon so geschrieben. Manchmal ist das heute dann auch so. Und heutzutage ist das so, ich weiß gar nicht, wie das jetzt entstanden ist, es gibt eine ganz neue Floskel. Und die schreibt man dann immer auch nach dem Spiel. Und zwar immer dieses Easy, kennt ihr bestimmt, auch wenn ihr beim E-Sport oder beim PvP aktiv seid. Dieses EZ, easy, easy, easy noobs, sonst was. Man beleidigt also noch den Menschen dafür, dass er am Ende verloren hat. Das ist Trend. Etwas Destruktives ist schon mal alleine Trend geworden. Man könnte ja sagen, wow, ach ja, wir werden ja immer moderner und die Schlachtrufe der Toleranzromantiker werden ja immer lauter. Die Gesellschaft wird aber anscheinend nicht besser. Leider nicht. Und das ist echt krass zu beobachten, muss ich sagen, dass das so selbstverständlich wurde. Und ich meine, wie habe ich angefangen, das erste Mal Online-Erfahrung zu machen, als ich mich selber der Öffentlichkeit gestellt habe. Das war so mit 15, 16 Jahren in meiner Jugend. Da habe ich mich das erste Mal mit einem eigenen Radiosender selbstständig gemacht. Das fing an mit MCC Radio, dann Radio Mystery. Und das war eine ganz spannende Erfahrung, so das erste Mal so ganz günstig an Lizenzen zu kommen. Damals noch über WinApp Showcast. Und das erste Mal noch professionell von Plattenfirmen bemustert zu werden. Also, dass man dann anschließend immer kostenlose CDs bekommt zum Abspielen. Und da oft natürlich dann auch Künstler dabei sind, die man selber mag. Und das dann schon Wochen vorher vor Release bekommt. Und das war natürlich total spannend. Wenn ich aus der Schule kam, dachte ich schon, wow, ist der Postkasten wieder voll. Meine Mutter war da mal auch ganz, oh, die ganze Post hier. Aber fand das natürlich auch ganz spannend. Und auf jeden Fall war das eine coole Erfahrung. Denn alles, was man da so online kommunizieren konnte, ob das noch ICQ war, damals auch total cool. Oder auch in ähnlichen Online-Chats, wie auch immer. Man hätte ja schon damals die Möglichkeit gehabt, einfach mal zu sagen, ich finde das scheiße, was du laberst. Oder du, du Huse, du Bastard. Ich will jetzt mal nicht alle Ausdrücke hier verwenden, sonst kommt näher so ein YouTube-Filter hier. Und der Algorithmus bei mir ist ja sowieso schon kaputt genug. Auf jeden Fall gab es da so gut wie nie irgendwas. Die meiste Zeit gab es immer auch irgendwie ein Interesse, das gemeinschaftlich sogar zu verbessern. So, weil man konnte sich ja das erste Mal online anbieten. Die Welt von sich, die Welt konnte erfahren, was es so alles gibt. Man hatte ja früher immer nur sein nahes Umfeld gehabt, um zu wissen, ja, welche Erfahrung kann ich sammeln. Durch das Internet konnte man ja viele Kompetenztypen sehen. Menschen, die sich auch schon irgendwie digital verwirklichen konnten und das Internet an sich genommen haben, um sich weiter zu bilden. Ich selbst hatte im Internet auch, muss ich sagen, fast alles zu verdanken, auch um irgendwie Brücken zu bekommen. Wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich mich musikalisch entwickeln und sonst was. Und da hatte ich Zuschriften bekommen, weiß ich noch, damals auch von dem Leon, der sich auch schon mit 13, 14 selbstständig gemacht hat mit so einer Rap-Design-Firma. Der sofort gesagt hat so, ich mag dein Radio. Ey, hast du Bock, dass ich dir so eine Homepage mache? Und irgendwie, ich höre dir sogar gerne zu. Und ich habe damals auch noch gar nicht so negativ darüber nachgedacht, wie man es heute machen würde. Heute, egal welche Anfragen du bekommst, ob das jetzt mein Musikprojekt betrifft, ob das jetzt sonst was betrifft. Egal wie freundlich, heutzutage ist immer der kapitalistische Abzockstachel irgendwo. Immer Betrug irgendwo. Damals irgendwie war man ja noch nicht so vorgeschädigt. Und man hat natürlich auch naiver zugeschlagen mit seinem Vertrauen, aber trotzdem, nee, der wollte kein Geld, der hat einfach nur Bock drauf gehabt. Und der hat mir echt ein fettes Design gemacht. Dann noch für meine Musikseite damals und dann noch für den Radiosender. Hat dann noch ein bisschen was programmiert, so ein paar innovative Sachen, die es damals gab. Und war echt cool. Dann kam noch jemand anderes dazu. Und man hat sich dann so zusammengetan. Jeder hat so, was er konnte, irgendwie angeboten. Ich habe dann den anderen wieder dabei geholfen, irgendwie musikalisch was beizutragen. Und ein Jingle mal zu machen, Musik zu helfen, Texte zu schreiben, was auch immer. Und das war irgendwie noch so ein Zusammenhalt. Klar, das klingt jetzt wieder irgendwie so ein bisschen typisch wie früher, früher. Also wenn wir jetzt hier über, was weiß ich, für eine alte Zeit sprechen. Aber es ist schon krass, das wisst ihr selber, wie schnell sich die gesellschaftliche Sozialisation wieder ganz anders erfährt. Und, ja. Und was ich auch bemerkt habe, ist, jetzt gerade auf Social Media oder da, wo der Algorithmus noch nicht so dazu neigt oder so entwickelt wurde, dass er ganz schnell irgendwie was Negatives erkennt und dann löscht, wo man sich also noch freier äußern kann. Zum Beispiel bei Instagram scheint das noch nicht so zu sein. Da habe ich jetzt bemerkt, bei diesen sogenannten Reels, bei den Kommentaren, wenn ich jetzt zwischendurch mal so irgendwelche Jugendliche angezeigt bekam, wo man sich dann denkt, ach wie schön, dass es noch irgendwie gut erzogene Jugendliche gibt, wo man noch irgendwie von der Ausstrahlung sieht und von dem, wie die rüberkommen, dass die irgendwie ein gutes Herz haben, dass die einfach friedlich aussehen, nicht wie irgendwie, was weiß ich, für tobende Kinder, tobende Torben aus dem Kinderzimmer oder so. Und die machen dann plötzlich Musik da, spielen irgendwie Instrumente oder so, singen ein bisschen, denke ich mir, ach toll, sogar noch kreativ, können die meisten Talentlosen Kack fressen, noch niemals die Online-Man-O-Flame oder so. Und was ich dann entdeckt habe, hat mich erneut schockiert, mich verwundert zwar nichts mehr über diese Drecksgesellschaft, aber es sagt mal wieder alles über unsere Gesellschaft aus. Der meistbewertete Kommentar war mal wieder was Negatives, wie man diese Kinder noch beleidigt. Das ist unglaublich. Und dass Menschen anonym sich dazu eingeladen fühlen, da einfach anonym ein Herzchen zu drücken, dass der Kommentar noch geliked wird. Das ist unglaublich. Schade, dass man nicht während jemand da ein Herzchen drückt, das direkt dann zu Hause stattfindet und der Mensch ist weg. Da muss man echt so sagen. Das ist wirklich traurig. Und das war jetzt kein Einzelfall bei dem Video. Das war kein Einzelfall. Und das tut mir auch für die Kids so leid. Da habe ich, muss ich sagen, echt noch viel Glück gehabt. Klar begebt mir mir auch immer irgendwas, ob das was Oberflächliches ist, ob das was Inhaltliches ist. Aber was da manche so... Nee, das tut mir echt leid. Und auch was Frauen natürlich manchmal so zeigen, was die so von Männern so auf das Zuschriften bekommen, wundert mich natürlich gar nicht. Ich habe schon immer gesagt, ich hasse die Männerkultur. Ach Gott, diese ewig Puppertiere in den Kinderzimmern, Rambus. Und heutzutage dann, ja, machst du dir ganz viele Tattoos und sie ist maskulin aus, sie ist cool aus. Hörst du noch irgendeine coole Musik? Und zu Hause, ich bin dumm, die Scheiße. Ja, es ist so, tut mir leid. Aber nee, das ist für mich kein Mann sein. Diese aufgesetzte Maskulinität. Und genauso wie diese ganzen Flaming Kids, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, die ihren Easy am Ende immer oder ständig Leute beleidigen. Ähm, das sind ja auch Menschen. Ich meine, wenn die dann ihre Online-Spiele angehen, ja, in dem Moment findet dann eine Hand-Augen-Koordination statt, wie man so sagt. Die Psychomotorik wird befriedigt. Man bewegt die Maus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass deren einzige Psychomotorik, die ein Leben lang bleiben wird, immer nur daraus bestehen wird, dass man sich dann irgendwelche Online-Weiber bei Twitch anguckt und sich da einen runterholt. Ähm, weil ich glaube, das ist unglaublich. Ich glaube, diese Kids, die bemerken selber gar nicht, wie peilig sie eigentlich sind. Es ist ja so, die Jugend achtet immer auf das, was irgendwie cool ist. Äh, ich glaube, die Menschen haben noch nicht verstanden, dass es cooler ist, ehrenhaft zu sein, als irgendwie so dahingeschissen asozial. Es ist total cool, mal auszurasten, beleidigen. Ey, kein Problem. Der Kontext muss stimmen. Das Motiv muss stimmen. Ja? Wenn es einen Sinn hat. Aber dieses Sinnlose einfach. Und was ich auch bemerkt habe, ist, ähm, da habe ich sogar einige psychologische Tests mal angefertigt, weil ich dachte, das darf echt nicht wahr sein. Das habe ich im Online-Forum dann mal so anonym gemacht. Und auch live in Communities erlebt, oder auch bei diesen Spielen, wenn jemand anfängt, jemand anders zu beleidigen, und ich kriege das mit, oder ich werde auch mal selber beleidigt, und du reagierst darauf, wo sich dann jeder denken sollte eigentlich, ja, klar reagiert ihr darauf, man sollte jetzt erstmal diesem sogenannten Flamer, dem Arsch erstmal Kritik geben, hey, was soll das hier, lass dir in Ruhe, wir wollen hier zusammenhalten, wir wollen noch spielen jetzt hier, wir sind noch ein Team. Was ich dann erlebt habe, ist auch kein Einzelfall gewesen. Menschen, die sich dennoch wehren, und sagen, was soll der Scheiß, hör auf damit, oder so, oder egal wie man antwortet, man hat ja in dem Moment das Recht dazu, sich auszukotzen, wenn man so angemacht wird, und dann wirst du von anderen auch noch beleidigt. Das ist echt krass, das ist, das ist, das hat mich richtig geschockt damals, als ich das erlebt habe, und dann habe ich das immer und immer wieder untersucht, und das war dann fast immer so. Das ist wirklich traurig. Ich selber habe mich dazu entschieden, das habe ich jetzt öfters gemacht, wenn ich jetzt selber angegangen werde, oder jemand, der sich wirklich Mühe gibt, und dann einfach sinnlos beleidigt wird, es gibt ja oft noch niemals eine Situation, wo man sagen kann, ja, konstruktive Kritik wäre angebracht, es findet hier einfach aus dem Nichts statt, einfach dieses typische, dumme, sinnlose Negative, einfach so, irgendwas dahinrotzen, weil man einfach jemanden anmachen will, und ich mache das jetzt manchmal so, wenn es jetzt diese Online-PVP-Spiele sind, dann sage ich immer auf Englisch, dass ich da keinen Bock drauf habe, für solche Menschen mich hier anzustrengen, oder zu gewinnen, und dass ich jetzt einfach nicht spielen werde, und das mache ich dann eiskalt so durch, und helfe den anderen auch noch dann zu gewinnen, klar, die Gefahr ist immer groß, dass dein Account dann gebannt wird, bestraft wird, oder so, aber im Chat, vermerke ich ja alles, warum ich das so mache, weil ich weiß, dass auch die Entwickler das dann sehen können, und es kam auch schon mal zu einer Bestrafung meinerseits, aber auch zum Glück meistens dann auch von der anderen Seite her, ähm, letztes Mal ist aber was Cooles passiert, das war echt cool, ähm, da, sind fast alle aus dem Team dann auf mich drauf gestürzt, als ich gesagt habe, ich möchte nicht für so ein negatives Verhalten mich jetzt hier anstrengen, und für diesen Menschen dann auch noch gewinnen, das gönne ich ihm nicht, äh, da habe ich ihm vielleicht solche ungebildeten Idioten hier dafür, das mache ich nicht mit, so, und da kamen die anderen mitgemacht, aber auch nicht ihn halt nicht irgendwie so, ne, dass man mit denen diskutieren könnte, auch einfach nur in dieser asozianen Floskelkultur, so, äh, fuck you, wie gesagt, ich will das gar nicht hier aussprechen, weil ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt darf, weiß ja heutzutage sowieso nichts mehr, auf jeden Fall, äh, haben die mich dann alle beleidigt, und ich bin natürlich konsequent bei meiner Entscheidung geblieben, und der Entwickler hat dann anschließend, da habe ich den Rückbericht bekommen, alle, alle bestraft außer mich, weil die im Text tatsächlich das gelesen haben, warum ich mich so entschieden habe, und normalerweise müssten die mich auch gesperrt haben, weil egal was passiert, trotzdem die richtigen Aussagen, du musst trotzdem weiterspielen, ähm, weil du dem Spielbetrieb nicht schaden sollst, und, äh, ja, auf jeden Fall haben sie eine Ausnahme gemacht, weil sie wohl echt gedacht haben, komm, du zeigst jetzt hier Charakter, das spielt jetzt nicht für solche Menschen, und, haben sie echt die anderen bestraft, fand ich echt cool, ähm, und, ja, auf jeden Fall, weiß ich nicht, wo das Ganze noch hinführen soll, es gibt natürlich durchaus junge Menschen, Jugendliche, die auch schon, ein großen, ja, ein großes Ehrenachtspotenzial mit sich bringen, die da irgendwie, ein Interesse pflegen, das auch mitzuteilen, und solche Menschen habe ich natürlich auch schon kennengelernt, und, da gibt es natürlich auch Spiele, wo du automatisch und ganz schnell, äh, über, über diesen Voice Chat mit den anderen sprechen kannst, ne, und, da musst du dann diese Kiddies, auch noch hören, und, da musst du dir diese Rotzstimme von nehmen, deren, bildungsloses, talentloses, Elendsgesicht, und was auch immer das alles ist, das ist doch nicht, das ist jetzt nicht so gemeint hier, ne, natürlich bin ich selber nicht perfekt, bla, 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 aber, da musst du dir noch hören, darauf wolle ich einfach hinaus, dass sie dann einfach noch, wo du denkst, mein Gott, jetzt blamieren die sich auch noch im Voice Chat, und, und, aber die können das ja selber nicht reflektieren, dass die so peinlich sind, das ist ja das Traurige, wenn Dummheit sich selbst erfahren könnte, irgendwann, dann wäre diese Gesellschaft ja geheilt, und das Problem ist ja, dass sie dumm sich selbst nicht identifizieren können, selbst auch in der Politik nicht, sonst hätten wir die ganzen Probleme nie gehabt, seit Generationen, seit, ja, im gesamten historischen Rückblick nicht, das Schlechte hat schon immer die Welt regiert, und deswegen wird es niemals, bis zu meinem Tode, ein Vertrauen für diese Gesellschaft geben, und auch niemals eine Empfehlung, irgendwo, auch vom anderen Planeten hier Urlaub zu machen, ich bin zwar immer munter dabei zu sagen, ich bin so, wirklich, wortlos erstaunt, über diese künstlerischen Fähigkeiten auf diesem Planeten, ob das die amerikanische Filmkunst betrifft, unsere Musik, Literatur, Spielkunst, in den ganzen Facetten der Kunst, auch der Technik, Entwicklung, Berufe, das Universum schreit ja schon förmlich danach, uns zu sagen, schaut doch mal, wozu ihr fähig seid, wie genial könnt ihr sein, ihr habt ja sogar noch, ihr habt doch alles für die Entwicklung, und dann sogar noch das Wichtigste, die Bandbreite der Liebe, um gesunden zu können, um Kinder gesunden zu lassen, um alles gesunden zu lassen, ihr habt doch alles, aber die Menschen kriegen das nicht hin, das verlangt jetzt hier natürlich auch nochmal, ein psychoanalytisches Denken, und eine größere metakognitive Selbstreflexion, das habe ich ja auch in anderen Beiträgen bereits gemacht, und das würde jetzt hier auch wieder zu lange gehen, aber es muss sich natürlich dringend etwas verändern, und ein Problem, um das nicht auch noch zu vergessen, ich weiß nicht, ich werde auch andere Sachen vergessen haben, wenn ich nachträglich nochmal darüber nachdenke, was ich spontan so meine Birne hatte, werde ich sicherlich denken, ach scheiße, hättest du das auch nochmal gesagt, aber was mir jetzt eben noch einfällt, ist eben auch wieder so ein Thema, wo wir schon letztes Mal waren, Vogue, und, 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 hier, was weiß ich, weil ja viele Twitch-Streamer oder Influencer, Sternchen, dass die ja immer Werbung für Toleranz machen, gegen toxisches Verhalten, toxische Männlichkeit, gegen Mobbing und so, klar, schön und gut, würde ich sofort, wie ihr wisst, bin ich sofort dabei, ich war noch nie so ein Männerfreund, weil ich weiß, dass die Männer die ganze Scheiß-Elle zu verantworten haben und auch Frauen oft zu denen gemacht haben, was sie sind, worüber ich jetzt auch sprechen werde wieder, dass aber leider genau diese ganzen berühmten Influencer oft, die immer so für Toleranz schreien und dann auch andere angreifen und schlecht machen, privat selber ganz gefährlich sind und an Persönlichkeitsstörungen leiden und Menschen vernichten und betrügen und ist ja auch letztes Mal hier diesen Dingsgeschehen, der damals auch meinen Kanal beworben hat hier, wovor ich natürlich immer noch dankbar bin, dieser Felix hier von Super Extreme, wie heißt er jetzt, der Gesellschaftskritiker, ich weiß, dass seine Videos mittlerweile auch sehr kritikwürdig sind und dass ich tatsächlich niemals immer seiner Meinung bin, bei verschiedenen Dingen nicht, weil mir fehlt da wirklich das Format der kritischen Position gegen Männer, da kann ich immer gegen Frauen hetzen, ohne zu überlegen, warum sind die Frauen überhaupt so geworden, ja eben wegen euch Männer trotteln, aber natürlich hat er oft auch recht und ich finde es gut, dass es ihn gibt, ich würde niemals in den Rücken fallen, das hasse ich ja so bei Menschen, dieser Druck nach außen oder so, wenn ich jetzt berühmt wäre, würde man sagen, jetzt musst du dich von dem distanzieren, verpisst euch, überhaupt der Gedanke, sich für Menschen zu verändern, hallo, wir haben jetzt genug aufgezeigt, wie, was Menschen für den Wert bedeuten, ey, für diese Menschen, die diesen Planeten so verunstalten, es gibt ja so viele Themen, die wir jetzt ansprechen könnten, warum Menschen schlecht sind, darüber noch nachzudenken, sich diesen Menschen irgendwie anzubiedern, dass man sich richtig verhält, ey, nein, nein, überhaupt nicht aufpassen, was man sagt oder so, und was wird passieren, stigmatisiert, ausgeschlossen von der Gesellschaft, ja, hey, geil, endlich mal was erreicht im Leben, ne, ist so, nein, aber worauf ich hinaus wollte, dass ich da eben mitbekommen habe, dass der von berühmten, richtig von den berühmtesten Influencern, ich weiß gar nicht, wie die Kackpratze da heißt, die den da fertig gemacht hat, diese ein bisschen Piepton, und dann auch dieser andere Typ da, den finde ich eigentlich nicht schlecht, der ist sehr kreativ, talentiert, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Riese, Riese, ne, den schätze ich absolut, der Typ, der ist total intelligent, total talentiert, Er verdient wirklich seinen Erfolg. Aber er sieht das auch wieder nur leider aus der Bubble, denke ich mal, ohne dass er die Erfahrungen mit diesen gefährlichen Frauen hatte, mit diesen borderline-Frauen. Vielleicht doch, vielleicht macht er es aus bestimmten Gründen auch nicht, weil er Angst hat, dass er selber irgendwie da vernichtet wird. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben die sich auf diesen Felix gestürzt wegen einem Video von dem und dann seinen Kanal vernichtet. Und eine von denen, die das dann vorangetrieben hat, diese Vernichtung, und das ist, das tut so weh, zu wissen, wie widerlich diese Doppelmoral ist, dass diese Frau selber privat gefährlich ist und andere Menschen betrogen hat. Und dann macht sie einen auf, ich bin der moralische Leuchtturm und will jetzt diesen bösen Mann vernichten. Ich darf euch nicht sagen, wann ich gerne im Livesteam filmen möchte, was man mit solchen Menschen macht. Mama Mia, nee, also das ist wirklich widerlich. Nee, ich weiß nicht, früher hatte ich ja auch viele Leute von seinem Kanal auf meinem Kanal, was ich echt cool fand. Ich habe da auch coole Leute kennengelernt, auch coole Telefonate mit denen gehabt. Echt kluge Männer, echt tolle Typen. Und ja, hinterher kam das ja bei mir auch so. Und mittlerweile ist das noch verstärkter mit den Bugs. Ich habe das erst gar nicht bemerkt. Man hat mich da angeschrieben, warum ich keine Videos mehr mache. Die kriegen nicht mehr Bescheid. Und dann haben die da auch selber gemerkt, ich habe, ich abonniere dich gar nicht mehr. Und du hast halt auch wohl andere YouTuber betroffen. Und auf jeden Fall gab es dann, zumindest für meine Verhältnisse, was meine Relation hier entspricht, auf meinem Kanal, so viele Verluste an Abos, dass dann der Algorithmus dadurch so viel gestört wurde, dass jedes neue Video auch gar nicht mehr gesehen werden konnte. Und dadurch natürlich die wenigen Klicks, Kommentare und Sachen, die man braucht, nicht mehr stattgefunden haben. Und dadurch irgendwie was so gedrosselt wurde. Und natürlich gibt es auch keine Hilfe seitens YouTube. Ob es auch die ganzen Piep, 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 Influencer können da wieder ihre Scheiße verbreiten. Aber ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob ich da machen soll, weiß ich nicht. Ich bin wirklich weiterhin dankbar, muss ich sagen, trotz meiner bescheidenen Statistik. Aber trotzdem sind es ja aufs Ganze gerechnet jetzt tausende Kommentare, tausende Likes, sonst was für alle Videos. Und dass ich in diesem Verhältnis trotzdem noch über 97,4% an positiven Bewertungen bin, dafür bin ich echt dankbar, muss ich sagen. Das ist echt toll. Weil gerade auch bei den brisanten Videos, die ich veröffentlicht habe, ist es mir irgendwie gelungen, immer so ein Gleichgewicht zu erschaffen, dass ich allen irgendwie ans Bein pisse, aber auch alle gleichzeitig irgendwie in die Pflicht nehme, nachzudenken. Dass ich aber damit eigentlich nur aussagen möchte, hey, wir halten alle zusammen und niemand kommt hier gut weg. Und niemand ist besser, schlechter. Dass es irgendwie, ich kann es jetzt nicht genau erklären, aber dass es irgendwie gerecht vermittelt wurde bei den brisanten Themen. Und das ist echt cool, dass ich nach den Rückschriften auch, oder nach den Zuschriften das auch so erfahren habe, dass selbst Leute, die ich beleidigt, in Anführungsstrichen beleidigt habe, indem ich deutliche Kritik geübt habe, dass sie sich nicht auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil die gesagt haben, das ist ja wirklich wahr, was du erzählst. Aber so, wie du das drüber bringst, mit dem Hintergrund, warum das so überhaupt entstanden ist, und dass du auch die Gegenseite genauso stark kritisierst, das macht das Ganze zugänglich und noch mehr Motivation, an sich selbst zu arbeiten, weil anders als bei anderen Kanälen gibt es dann immer nur die eine Seite. Entweder alles wird relativiert, ach, die Armen gestört, wir sind die, und die anderen die Bösen, oder dann die Männerseite, die, die Bösen, Frauen die Bösen, nein, 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 nein. Ich habe schon immer gesagt, egal, was jetzt die ganzen Ideologien betrifft, Politik links, rechts, oben, unten, Subkultur X, Subkultur Y, was auch immer. Ah, das Bewusstsein kennt so viel mehr als diese engstirnigen Bubbles. Und wir müssen da raus, wir müssen reden, wir müssen cooler werden, wir müssen ehrenhafter werden, wir müssen lustiger, sympathischer werden und vor allem auch weniger lästern, diese scheiß Lästerkultur, gerade in Deutschland oder so, ne. Naja, ähm, einen gelungenen Abschluss finde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht irgendeine, irgendeine poetische Aussage nochmal für die Hoffnung der Zukunft gegen die toxische Gesellschaft oder irgendeinen Aphorismus, der uns jetzt hier in den Armen trägt. Und, mir fällt jetzt leider nichts ein. Bei mir schwingen eher viel mehr die Gedanken, wie wir uns doch nur zusammentun können, um all diese Pest auszurotten. Es ist echt so schlimm, es ist echt so schlimm. Und da hilft ja auch nichts zu sagen, ja, ja, das ist ja auch mal leider so ein Fehler beim Denken bei vielen Menschen. Ja, ist doch nur im Internet, hä, was ist nur im Internet? Die meisten Menschen nutzen das Internet, genau da findet ja die Realität statt. Dort, wo Menschen dann wirklich zeigen, wie sie wirklich sind. Da kannst du die Gesellschaft meistens verfallen, ey. Alles ist irgendwo eine Bandbreite des Lebens, egal wo man sich trifft. Überall ist das, ne, eine Plattform für den Austausch der Realität. Da, wo Menschen sich begegnen, ist auch die Achse der Realität und fertig. Und, ja, aber man soll ja trotzdem die Hoffnung nie aufgeben. Und deswegen weiß ich ja, dass es auch ganz andere Menschen gibt. Und die würden sich natürlich genauso wünschen, dass man irgendwie sich mit so einem höheren Science-Fiction-Gerät finden kann. Und dass die dann ihr eigenes Land vielleicht irgendwie bilden. Dann können die sich ja sicherlich untereinander auch nochmal bekriegen. Weil dann gibt es natürlich auch wieder andere Sachen, wo Menschen dazu neigen, sich zu streiten. Aber vielleicht kann man ja so erstmal schauen, ob es besser wird. Es gibt ja immer genug Themen, weshalb man nicht einer Meinung ist. Natürlich nicht. Aber dieses wirklich stumpfe, sinnlose, destruktive, toxische, das muss raus. Das muss raus aus der Gesellschaft. Wir müssen da wirklich, wir müssen da wirklich einen Weg finden, wie wir das irgendwie beenden können. Und deswegen bin ich noch froh, dass ich in einem anderen Zeitalter groß geworden bin. Also im anderen Online-Zeitalter. Im ersten Online-Zeitalter, wenn man so will. Und nachdem man dann noch seine ersten Point-and-Click-Spiele gespielt hat mit Maniac Mensen und dachte, man erlebt jetzt hier das Größte, was man in seinem Leben erleben kann. Und die Freude, das in Zukunft weiterzutun. Und dann, wow, es gibt sowas wie Online. Und dann diese ersten LAN-Partys, die es so gab. Auch da hatte ich eher das Gefühl, dass Menschen sich freuen, dass es sowas jetzt gibt. Und man verbringt eine coole Zeit. Und, ja, heutzutage ist dann überall irgendwie die Suche nach irgendwie Konflikten. Und, ja, ach, was laber ich jetzt so weiter. Wir haben jetzt genug darüber gelabert. So, ich trinke jetzt hier meinen Kaffee aus und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, euer Basti. Ciao. Was glaubst du so, Opa? Ich filme das alles. Danke, dass du während des Films nicht geredet hast. Danke, dass du dein Handy ausgeschaltet hast. Keine Ursache. Wieso halten wir an einer Zivilisationsform fest, wenn keiner sich zivilisiert verhält?